Musik Leverkusen, Rheinberg, Oberberg. Eine starke Region, aber nur ein Hospiz. Hitz für's Hospiz besteht seit 2007. Durch Benefizkonzerte sammeln wir Geld zur Verbesserung der Hospizversorgung im Bergischen Land. In unserer Region gibt es viel zu wenige Hospizplätze. Das Benzberger Hospiz hatte 2007 nur drei Pflegeplätze. Hitz für's Hospiz hat einen Erweiterungsbau und sieben zusätzliche Pflegeplätze mitfinanziert. Seit 2007 wurden bereits 420.000 Euro eingesammelt und für lokale Hospizprojekte verwendet. Musik Eine gute Zeit habe ich gehabt. Aber ich weiß, morgen, vielleicht übermorgen, ich bin nicht bereit. In einem Hospiz finden unheilbar Kranke liebevolle und kompetente Betreuung in der letzten Lebensphase. Die geben es mir alle. Liebe, viele Liebe. Das ist wirklich sehr gut. Betroffene erhalten persönliche Zuneigung bis zuletzt, ohne Stoppuhr und starre Pflegezeitenvorgaben. Und weil ich auch die letzte Tage, wie ich bin, nicht zu Hause bleiben. Ich komme hier. Ich will ihr sterben. Wir helfen, wo andere aufhören müssen. Weil Zeit und Geld fehlen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020